Ja und damit ganz herzlich willkommen zum neuen Overwatch und ja ich habe mal wieder die Overwatch schon geladen und da macht es jetzt einfach. Ja. Ach bitte auch das, war ja so ein Fensterchen. Bitte was? Langsamer. Er fußt, er hat ihn nicht mal gesehen. Da war ich der Smoke, man. Okay, alles klar. Oh, sie kann ich auch machen, gell? Ah ja. Stimmt. Ja. Was hast du vor? Jetzt siehst du, dass halt da einer angelaufen kommt. Ja jetzt, schau noch auf ihn. Der ist noch nicht. Ja. Aber man soll ja nicht alles. In der ersten Runde. Okay. Äh. Entscheiden. Das brauche ich. Den ersten, wo wir da gesehen haben, den hat er angefragt. Ja, er schaut weder CT, da könnte ja immer noch einer stehen. Einfach. Und jetzt bleibt er einfach so offen da stehen. Das ist irgendwann auch immer. Ach ja und falls, äh, falls es euch stört, dass ich hier beim Overwatch immer auf links habt, weil ich spiele ja, äh, auf links, könnt ihr es einfach unten reinsteigen, dann könnt ihr es ja im Overwatch extra auf rechts stellen, wenn ihr das drüben will. Das ist kein Problem. Tja, lol. Alles klar. Ein kleiner Joker. scoff, das ist gleiche. So. Jetzt einfach wahrscheinlich wieder mitFO machen. Okay. Ahja. Smoke ist wieder drin. Ja. Jeeu. Der war in der Smoke, Leute. Der war in der Smoke. als wenn das keine wischen nicht mehr so viel erzählen das ist kein luck aus der macht eine machte in den nächsten und eben wieder und stich mir einfach dahinten drin mann macht sie doch doch mal das wird vergessen warum steht er da immer optimiert er ja optimierst er immer was soll denn so jetzt noch eine mitte so die smoke kommt smoke fliegt nicht voll er hat sie nicht getroffen aber angefragt glaube ich nicht mehr ct kommt wieder eine du jetzt machst du nicht unschlüssig jetzt weiß er dass die b sollte er wissen aber sein teammate hier der steht ja genauso noch dahinten was macht denn der mann der steht nur hinten drin mann jetzt da und fliegt direkt auf den jetzt machen die mal was trete ich im kreis und guck auf den boden und mann macht du mal irgendwas bombe liegt aber sorry du kannst mir das hier nicht erklären warum bleibt jemand am t spawn stehen vor der bombe wenn die zeit abläuft kannst du mir nicht erzählen wer macht sowas das machen selbst globals nicht ja aus welchem grund der bleibt nur am t spawn stehen nur der stand gerade die ganze zeit t spawner und er ging dann nicht durch double dos weil er genau wusste dass da einer steht weil er gewartet hat bis der vorgeht jetzt siehst du dass deine ist wenn ich vorpushen dann sehen dass deine ist was spielt der zusammen was macht der so davor schon drauf eng davor schon drauf eng davor schon drauf eng mein was machst du jetzt komm bevor laufen lassen der typ macht dich gerade ein bisschen fertig naja dreht sich im kreis so jetzt da rechts steht einer komm komm ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin der aggressive smog der wurde angehebelt aber nicht von ihm wieder da stehen bleiben pass auf pass auf der zettel wird reinlaufen der zettel wird reinlaufen oh du verkneifst dir du verkneifst dir oh ok was macht der der steht nur am t spawn was zum fiktum der ja mit ne mit ne krachen hey krass sind wir doch nicht jetzt hier man der ist full flash und weiß wo die Gegner sind du weißt doch dass der du weißt doch hey sorry aber der ist doch wo sein cross her hier etwa wahrscheinlich oder wo ist die mitte vom bildschirm wer geht überhaupt sich so aggressiven du willst niemals dahin hoffen in dem ganz normalen match nie im leben ich höre ich dir wird es da nie hin hocken so jetzt mit der smoke sie kommt sie kommt in der smoke ja nee 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 das ist kein time lag man das ist kein time lag das auf der ja 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 ok 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 er war für ihn das moment ja ist ja jetzt du sollst du dann noch warte 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 steht da steht ja komm 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 traust du nicht traust du nicht ja eben noch mehr drauf alter eben noch mehr drauf was macht jetzt umstehen du weißt doch einer ist doch unbedingt den willst du doch unbedingt ja jetzt drehst du dich halt wieder weg aber du weißt trotzdem dass deine mitte ist du willst du halt unbedingt haben ja hei ja hei ja hei ja hei ja ach mein liebes aspekt so jetzt komm deine mitte komm deine jawoll schau auf ach wenn du siehst siehst du nicht ja aber wenn sie in den smoke sind dann ja ey was bist du für ein held man jetzt wir haben uns doch gar nicht laufend den zwei wurde angehittet nehmen auch wenn ich 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 ja komm du weißt doch was deine ins man weil du weißt das haben wir jetzt nicht gesehen ja komm ja 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 du hast davon nie schaut du bist ja immer durch gewaschen oder sonst was und jetzt plötzlich wie verstehst du denn mein lieber saspekt 18,5 respekt naja du bist du du bist der größte jetzt Mitte komm komm jetzt smoke Jetzt killst du wieder alle, wa? Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ja, Time-Luck, liebe Leute. Time-Luck. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, komm, komm, komm. Du weißt, dass da drei sind. Komm. Ah, guck, sie provozieren's. Wie sie's provozieren. Sie provozieren's. So, den hat er bestimmt nicht gesehen wegen dem neuen Render, wegen dem neuen Render-System. Da hast du welf gemacht, seit einem Update. Nein, da tut es, als der Subjection. Auch Spot können stehen und, also... Prozent nicht vor allem ist das für das Schild es ist ein Furcht so wahrscheinlich die letzte Runde sein was sind seine Hände zu schwarz was nicht los steam down oder was naja das war's also liebe leute haben wir mal wieder einen gefunden eben nein wischen ja man weiß eigentlich wo dann die gegner sind so auch diesmal könnt ihr natürlich schreiben was ihr zu diesem suspect haltet und dann sehen wir uns das nächste mal wieder und bis dahin schönen tag noch